Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und ich habe euch letzte Zeit eigentlich sehr viel über verschiedene fotografische Techniken informiert, über Reisefotografie und so weiter. Und heute habe ich ein Lightroom Video für euch. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man ein Foto aufgenommen an einem kalten, trüben Tag richtig aufpeppen kann. Ich zeige euch, wie wir erstmal einen sonnigen Tag daraus machen. Okay, also ein paar dramatische Wolken gehören natürlich dazu, die muss man haben und die werden wir natürlich auch verstärken. Und dann werden wir die Farben so aufpeppen, dass das richtig schön aussieht und das Bild lädt praktisch zum Spazieren ein. Wir werden auch ein paar Sonnenstrahlen einbauen und einen Spot von der Sonne auf die Wiese lenken. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video Tutorial. Kennt ihr die Situation, ihr geht fotografieren, das Wetter ist richtig schlecht und die Fotos sehen nur grau in grau aus. Was können wir dagegen tun? Ja, entweder das Foto löschen oder nicht fotografieren gehen oder das Bild bearbeiten. Und das machen wir jetzt. Ich bin jetzt gerade in Adobe Lightroom. Ich finde das ein absolut geniales Programm und man kann hier sehr viel erreichen. Zuerst machen wir eine kleine Cross-Entwicklung, sodass ich die Lichter abdunkle, die Tiefen aufhelle, hier ein bisschen Kontrast zurecht mache, ein bisschen Dynamik erhöhe und schon haben wir eine richtig coole Geschichte. Das sieht richtig schick aus. Allerdings, es ist noch nicht so, wie ich das haben möchte. Ich mache die Grundeinstellung jetzt zu, also hier bin ich erstmal fertig und gehe erstmal auf Objektivkorrekturen. Bei Objektivkorrekturen entferne ich chromatische Operation, weil sie mich meistens stört und sie ist sehr gerne hier bei den Ästen. Das ist eine ganz, ganz böse Geschichte, chromatische Operation. Deshalb sage ich, okay, also weg damit. Objektivkorrekturen machen wir jetzt auch zu und gehen auf die Schärfe, Details. Also hier bei Details kann ich auch sagen, okay, wir machen jetzt pünktlich hier irgendwo oder da und werden jetzt einfach mal schauen, wo wir das Bild jetzt nachschärfen. Also man kann sagen, okay, ja, es ist nicht perfekt scharf, aber ist egal. Machen wir jetzt einfach nachschärfen ungefähr 90 Radius 0,8 und Details machen wir auf 40 und dann maskieren bei gedruckter Alt-Taste, sodass wir nicht zu viel Rauschen im Bild bekommen. So, wie gesagt, also das Bild ist nicht sehr scharf, aber das ist egal, maskieren bei 60 funktioniert fantastisch. So, jetzt wieder volle Ansicht, Details mache ich zu, Objektivkorrekturen hatten wir schon und ich gehe jetzt zu HSL Farbe Schwarz-Weiß. Das ist meine Lieblingspalette, ich finde sie dermaßen toll. Ja, also hier spielt die Musik, hier kann man so viel erreichen, dass es richtig toll ist. Was machen wir hier? Wir gehen jetzt mit Luminanz für Blau runter. Ich möchte dramatischen Himmel haben, ich möchte jetzt starke Wolken haben, ich möchte alles richtig schön haben. Aber andere Bereiche, zum Beispiel Orange, Gelb und Grün, werde ich heller machen. Sättigung machen wir jetzt auch ein bisschen stärker, aber nicht überall. Zum Beispiel Grün, Orange und Gelb mache ich, weil ich sehe, hier sieht richtig toll aus. Also wir haben hier die Möglichkeit, dass hier ein paar Lichtspots eingebaut werden. Blau, ja weiß ich nicht, vielleicht machen wir, die Berge können etwas blau vertragen. Okay, also so viel dazu. HSL Farbe Schwarz-Weiß, also das heißt Sättigung und Luminanz habe ich angepasst, sieht gut aus. Farbton lasse ich in Ruhe, ich bin mit den Farbtönen sehr zufrieden. Und so verlasse ich jetzt diese Palette und ich bin jetzt im Prinzip hier fertig. Aus diesem Bild habe ich das hier gemacht. Aber es wäre natürlich viel zu langweilig, dieses Bild so zu lassen, wie es ist. Deshalb mache ich jetzt hier folgendes. Ich mache jetzt eine richtig fette Korrektur, die euch bestimmt gefällt und werde aus dem Bild alles rausholen, was ich rausholen kann. Ich beginne erstmal mit dem Verlauf. Mit dem Verlauf gar nicht wunderbar jetzt zum Beispiel den Himmel abdunkeln. Gut, wir haben jetzt blaue Farbe hier, die werde ich jetzt natürlich nicht nutzen, weil das ist einfach zu kitschig. Und wir machen einfach, boah, Drama hoch 3. Richtig geil, ja. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Kontrast, sodass die Wolken besser zu Geltung kommen. Ein bisschen mehr Klarheit. Ja, Rauschen werde ich reduzieren, weil sonst passiert Folgendes. Also wenn wir hier zu viel einstellen, dann kommt natürlich Rauschen zur Geltung. Schärfe werde ich gar nicht anfassen, weil in diesem Bereich ist Schärfe irrelevant. So, und dann machen wir die Tiefe noch ein bisschen dunkler. Licht ein bisschen heller oder auch nicht? Nein, leer nicht. Und dann vielleicht doch die Farbtemperatur leicht im Minusbereich, sodass der Himmel nicht zu rötlich ist. Aber nicht zu viel im Minus, sonst haben wir eine starke blaue Verfärbung und das wollen wir nicht. So, da bin ich jetzt fertig damit. Klicke auf Fertig und der Verlauf ist jetzt weg. Das heißt, weg ist er nicht, aber der ist zu. Dann nehme ich Radialenverlauf. Ich werde die Maske gleich umkehren und gehe hier auf die Bäume im Vordergrund. Und die werde ich jetzt heller gestalten. Ich mache hier mehr Farbe. Ich werde die Farbtemperatur verändern. Die verschiebe ich jetzt mal in Richtung Gelb und ein bisschen Richtung Grün. Und schaut mal, das sieht doch geil aus, ja. Also richtig coole Sache und das gefällt mir ganz gut. So lasse ich das jetzt. Ich konnte jetzt natürlich sagen, okay, Tiefen ein bisschen aufhellen. Aber dann sieht man Sound hier gar nicht sexy. Lassen wir es, ja. Also Tiefen vielleicht ein bisschen, so fünf und dann passt das. Lichter machen wir heller, bekommen wir mehr Kontrast. Klarheit vielleicht auch. Sättigung lasse ich komplett in Ruhe. So, dann werde ich das gleiche hier anwenden. Ich werde jetzt einfach mal diese Ellipse duplizieren und dann hier drehen, zack, anpassen. Also erstmal kleine machen. Ja, ich konnte sie natürlich auch neu gestalten, aber ich möchte euch zeigen, dass es auch so geht. So, bisschen auseinanderziehen und ja, also hier zum Beispiel wirkt diese Ellipse gar nicht schlecht. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt nicht so hell. So, und dann Reste vom Baum kann ich genauso wunderbar mit dem Pinsel machen. Also jetzt klicke ich auf Fertig, nehme Korrekturenpinsel. Die Werte werde ich jetzt so ähnlich setzen. Und schaut mal, ich habe jetzt die Größe 10. Dann machen wir es so, ja. Weiche Kante, Fluss 55, Dichte 40, alles fantastisch. Und, schaut mal, zack. Ja, das ist ein bisschen heller. Ich sehe im Moment nichts. Hallo, Pinsel. Ja, hier sieht man das. Also hier waren wahrscheinlich keine großen Farmpit-Formationen drin. Oder wir machen ein bisschen mehr Fluss, ein bisschen mehr Dichte. Ja, das ist auf jeden Fall besser. So bekommen wir schon mal hier Hotspots oder Lichtspots drin. Der erste Punkt, ja, der ist dabei. Und so können wir auch weitere Punkte mit solchen Einstellungen bearbeiten. Falls wir irgendwelche Sachen nicht so toll bearbeitet haben, können wir das jetzt nachholen mit dem Pinsel. Und ich kann jetzt gucken, ausblenden, einblenden. Man sieht doch, dass wir hier sehr schöne Sachen haben. Und das Gleiche mache ich jetzt auch hier im Himmel. Im Himmel mache ich jetzt neu und neu mache ich jetzt nur Belichtung. Also Temperatur und Tönung lasse ich komplett raus. Und ich mache jetzt Belichtung speziell hier in diesen Bereichen. Schaut mal, also die hellen Bereiche, die werde ich jetzt einfach verstärken, sodass wir so eine Art Götterdämmerung haben. Ja, cool. Und dann hier auch so. Machen wir vielleicht eine kleinere Pinselspitze. Hier können wir jetzt auch kleinere Bereiche hier anpassen. So ungefähr. So, so und so, ja. Und schau mal, das sieht jetzt richtig schick aus. Gut, Fluss werde ich jetzt ein bisschen zurücksetzen, weil das wird mir sonst zu viel. Und jetzt kann ich mit dem Pinsel wunderbar die Wolken ausmalen, sodass sie malerisch aussehen. Ich fühle mich gleich wie ein holländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert und ich habe meinen Pinsel in Lightroom. Und ich freue mich und alle freuen sich auch. Und ich kann das Bild jetzt an Königshof verkaufen. Ja, vielleicht. Gucken wir mal. Entschuldigung, das war E-Mail. Zack. Ja. Und so. Schaut mal. Jetzt habe ich diese Sachen auch drin. Ja. Sieht richtig schick aus. Jetzt machen wir einen neuen Pinsel. Und ich mache jetzt mit Belichtung im Minusbereich. Das ist natürlich was anderes. So kann ich aber Drama in den Wolken noch ein bisschen mehr machen. Machen wir so. Fluss machen wir noch ein bisschen mehr. Zeig. Schau mal. Also es wird hier abgedunkelt jetzt. Gut. Wenn es zu viel ist, dann können wir immer noch sagen, okay. Entweder Bereich löschen, was wir nicht brauchen. Oder komplette Pin-Sache ändern. Dann auf jeden Fall sieht das jetzt so aus. Ja. Gefällt euch das? Ich finde das ist wirklich schöne Sache. Da kann man aus dem Himmel die Sachen machen, die man möchte. Und der Himmel sieht dann richtig schick und hoch dramatisch aus. Ja. Ich finde das klasse. Also so können wir das jetzt mit dem Himmel lassen. Ich klicke auf Fertig. Und schaut mal. Vergleich. So und so. Wow. Drama hoch 3. Ja. Und solche Dramen liebe ich. Also Dramen sind sowieso geil. Natürlich nicht im Familienleben. So. Und dann nehmen wir wieder mal Radialfilter. Ich möchte jetzt hier so ein Lichtspot einbauen. Ich mache jetzt hier einfach so. Und klar. Hier brauchen wir mehr Licht. Das mache ich jetzt auch. Also nicht nur mit Belichtung. Sondern auch mit Tiefen ein bisschen aufhellen. Hier bisschen mehr gelb. Ja. Bisschen mehr rötlich. Perfekt. Und ich finde das dermaßen cool. Also das ist wirklich eine fantastische Sache. Ja. Damit das Ganze noch ein bisschen mehr Lichteinfallcharakter hat. Mache ich folgendes. Also ich klicke das erstmal auf Fertig. Das ist in Ordnung. Und dann nehme ich wieder Pinsel. Pinsel nehme ich jetzt mit Belichtung. Hier ist alles weg. Ihr seht das ja. Fluss werde ich ein bisschen runter setzen. Und ich nehme jetzt Pinsel etwas größer. So ungefähr 10, 15. So. Und dann mache ich hier einfach die Lichtstrahlen malen. Schaut mal bitte. Das ist jetzt neu. Ja. Und zack. Also wir machen jetzt praktisch einen künstlichen Lichteinfall in diese Richtung. So. Das ist sehr vorsichtig, sehr sparsam. Deshalb mache ich jetzt auch wenig Fluss. Aber wir können noch folgendes machen. Wir können jetzt hier sichtbare Strahlen machen. Und das mache ich jetzt mit 5. Fluss mache ich ein bisschen mehr. Ja. Und werde hier ein paar Lichtstrahlen reinsetzen. So richtig gerade nach unten. Seht ihr das? Das sieht richtig schick aus. So. Das sind jetzt die Lichtstrahlen. Und die kommen von oben aus dem Himmel richtig schön auf die Erde. So. Ja. Also jetzt haben wir tatsächlich sowas geschaffen, dass wir ja Lichtstrahlen können auch nach draußen irgendwie schicken. Das geht natürlich auch oder auch nicht. Gucken wir mal. Ja. So geht es natürlich auch. Wir können in verschiedene Richtungen Lichtstrahlen setzen. Aber in erster Linie möchte ich diese Lichtstrahlen natürlich zu Erde schicken. Damit das Ganze so schön aussieht. So. Könnt ihr das sehen? Ich finde das wunderbar. Was passiert jetzt? Jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen was machen. Hier klicke ich erstmal auf Fertig. Und ich nehme jetzt Radialfilter und werde so eine Art Vignetierung machen. Vignetierung mache ich jetzt aber nicht mit Maske umkehren, sondern so normal. So. Und hier mache ich nicht aufhellen, sondern nur die Farbtemperatur verändern. Da machen wir jetzt zum Beispiel so. Weiche Kante machen wir jetzt richtig stark, sodass wir keine Kante hier drin haben. So. Bisschen rötliche Farbe. Oder wir lassen das hier und ich nehme Farbe hier aus diesem Bereich. Das funktioniert besser. So. Voila. Ja. Vielleicht nicht ganz so stark. Gelb auch rausnehmen. Ja. Und jetzt haben wir es. Ja. Jetzt klicke ich auf Fertig. Und schaut mal bitte. Vergleich. Dieses Bild für die Tonne. Dieses Bild zum Ausdrucken an die Wand hängt. Aber was ich noch sehe, diese Dinge, die gefallen mir nicht. Deshalb werde ich jetzt die einfach mal zumalen. Welche Kante brauchen wir hier auch? Also hier werde ich jetzt einfach mal versuchen, diese Stellen zuzumalen. Und so dass wir hier keine Äste mehr haben. Ja. Das funktioniert nicht schlecht. Können wir so lassen. Klicken wir auch auf Fertig. Und ja. Jetzt haben wir keine störenden Elemente mehr. Das Bild ist fertig. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Wenn nicht, dann guckt meine Lightroom DVD an. Die wird euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer noch mehr lernen möchte, kann ich unsere DVD Lightroom für Fotografen empfehlen. Dort erkläre ich wirklich alles von A bis Z über Lightroom. Wie man mit Lightroom arbeitet. Welche Workflows für welche Themen am besten geeignet sind. Auf jeden Fall ist diese DVD für alle Fotografen ein Muss. Am nächsten Freitag bin ich wieder für euch da. Da zeige ich nächstes Thema. Ich bin schon in Vorbereitung. Also es erwarten euch viele spannende Projekte. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.